Damit ich wichtige Briefe sofort öffnen will und sie nicht irgendwo verschluße, habe ich mir heute einen Brieföffner geschmiedet. Dafür muss das Ding natürlich aussehen wie ein Schwert, ist ja klar. Ich habe mir erstmal eine Klinge gemacht und mich dann um diesen Handschutz-Dingsigard gekümmert, der leider dann irgendwie aussah wie ein Schnurrbart, aber ist glaube ich alles fein. Und dann habe ich den Griff angepasst, hier noch so ein Endstück gemacht, alles geschliffen. Am Ende sah das Ding dann so aus. Ich glaube es ist nicht wirklich ein guter Brieföffner, aber benutzen werde ich ihn trotzdem. Bis zum nächsten Mal.